Musik Ich sage jetzt mal vor allem an der IMO-Messe St. Gallen oder vor allem auch die Fachmessen, vielleicht auch bauen und modernisieren Zürich. Hier sieht man auf diesen Messen wirklich, was es im Bau gibt. Nächstes Jahr sind wir sicher auch wieder mit dem Mini-Haus hier. Wir werden, wenn es nicht da ist, wieder ein neues kreieren und somit wieder viele spannende Inputs für unsere Kunden bringen. Musik Was wir an der Messe haben, also prinzipiell finde ich es schön, dass wir wirklich mit Schweizer Holz arbeiten. Musik Wer dieses Jahr das Mini-Haus ansehen möchte, aber keine Zeit hat für die IMO St. Gallen, der kann uns an der B&M in Zürich im Herbst besuchen. Musik 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 Musik